Wir sind bei der Stadt Ludwigsburg Technischen Dienste. Mein Name ist Ekrem Telzerin. Wir schaffen seit drei Jahren mit InstaGrid. Man kann flexibel arbeiten, man kann dieses kleine Gerät mitnehmen. Kompakt, leicht, das ist echt empfehlenswert. Mit dem InstaGrid-Link können wir jetzt den ganzen Tag auf der Baustelle arbeiten. Wenn einer dann abschaltet, schaltet der automatisch der zweite und er hat mehr Leistung, um produktiv zu arbeiten. Der InstaGrid-Link hat auch einen FI-Schutz. Wenn wir einen Kurzschutz bekommen, schaltet erst der FI-Schalter aus. Und die Akku-Packs, die bringen halt sehr viel umweltmäßig und nachhaltig. Finde ich, ist eine super Sache. Ich habe nur positive Erfahrungen gemacht und ich kann schon ohne das Gerät gar nicht mehr arbeiten.